Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mehrere Geschosse abgefeuert. Es habe sich um zwei ballistische Raketen gehandelt, erklärte der südkoreanische Generalstab am Mittwoch. Sie seien 250 Kilometer weit geflogen. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap handelt es sich wohl um einen anderen Typ als bei früheren Tests. Der japanische Premierminister Shinzo Abe sagte, es habe keine Auswirkungen auf die nationale Sicherheit gegeben. Man sei mit den Vereinigten Staaten und anderen in engem Kontakt. Nordkorea hatte erst vergangene Woche Kurzstreckenraketen getestet. Dies hatte Zweifel genährt, ob die geplanten Gespräche zwischen Nordkorea und den USA über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel wirklich stattfinden werden. Es waren die ersten Tests seit dem jüngsten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Das international weitgehend isolierte Land stört sich an geplanten Militärübungen der USA mit Südkorea.